Ein Messgerät, das Spannungswerte nicht in Form einzelner Zahlenwerte, sondern als XY-Graf ausgibt, bezeichnet man als Oszilloskop. Der Vorteil dieser Anzeigemethode liegt darin, dass der Verlauf sich schnell ändernder Spannungen dargestellt werden kann. In diesem Video wird ein digitales Oszilloskop vom Typ DSO-2090 verwendet, das per USB-Schnittstelle mit einem PC verbunden ist. Wie in dem Video zu digitalen Multimetern bereits angesprochen, sind die elektrischen Eigenschaften der verwendeten Messapparatur immer zu beachten. Das hier verwendete Gerät besitzt einen Eingangswiderstand von einem Megaohm und eine Kapazität von 50 pF. Weitere Angaben zur Präzision und zu möglichen Fehlerquellen beim Umgang mit Oszilloskopen erfolgen im zweiten Video. In diesem Video möchte ich die Bedienung eines Oszilloskops anhand verschiedener Messungen erklären. Die elektrische Energie aus der Steckdose wird üblicherweise in Form einer sinusförmigen Wechselspannung zum Endverbraucher übertragen. Die erste hier gezeigte Messung erfolgt jedoch aus zwei Gründen nicht direkt an einer Steckdose. In Deutschland beträgt die Effektivspannung an den Haushaltsleitungen 230V und somit besteht zum einen Lebensgefahr bei der Berührung blanker Drähte und zum anderen liegt die maximale Eingangsspannung des hier verwendeten Oszilloskops bei nur 35V. Die 230V Spannung aus der Steckdose wird daher mit Hilfe eines regelbaren Trafos, der Modelleisenbahnfreunden sehr vertraut sein dürfte, auf ungefährliche Werte reduziert. Angeschlossen wird das Oszilloskop an die zu messende Spannungsquelle mit Hilfe von Tastköpfen, deren elektrische Eigenschaften ebenfalls beachtet werden müssen, wie wir im zweiten Video noch sehen werden. Sobald die Verbindung mit dem Trafo hergestellt ist, erscheint auf dem PC-Bildschirm eine Sinuskurve, die den Verlauf der angelegten Spannung zeigt. Als Software verwende ich OpenHandtech unter dem Betriebssystem SUSE Linux 11.4 mit Gnome Desktop. Wie können die Messwerte an dieser Kurve abgelesen werden? Der Bildschirm ist mit einem Gitternetz aus gepunkteten Linien versehen. Die Grundeinheiten dieses Gitternetzes bilden die Kanten eines einzelnen Rechtecks, die als Teiler, Divisor oder englisch Division bezeichnet werden. Eine Kante ist zur genaueren Ablesbarkeit durch jeweils 5 Punkte unterteilt, womit ein Punkt 0,2 Divisions entspricht. Der Wert einer Division kann in dem entsprechenden Anzeigefeld abgelesen und auch eingestellt werden. Für die vertikale Achse, welche die Spannung angibt, lesen wir einen Wert von 5V pro Division und für die horizontale Achse, welche den Zeitverlauf repräsentiert, einen Wert von 10ms. Die Einstellung der horizontalen Achse bezeichnet man auch als Zeitbasis. Als Spitze-Spitze-Spannung können wir einen Wert von 6,6 Divisions ablesen, was einer Spannung von 6,6 mal 5V gleich 33,0V entspricht. Die Periodendauer kann auf der horizontalen Achse mit 2,0 Divisions abgelesen werden, was bei einer Einstellung von 10ms pro Division 20,0ms ergibt. Der reziproke Wert ist die Frequenz der anliegenden Wechselspannung, die sich somit zu 50Hz errechnet. Mit Hilfe zweier Markierungen kann bei der hier verwendeten Software die Periodendauer auch direkt abgelesen werden. Dazu müssen die vertikalen Linien an die entsprechenden Punkte der Kurve verschoben werden und der Wert für die Periodendauer und die sich ergebende Frequenz wird umgehend errechnet und angezeigt. Die Software errechnet ferner automatisch die Frequenz der anliegenden Wechselspannung und wir lesen einen leicht abweichenden Wert von 50,582 Hz ab. Die Messabweichung des Gerätes ist mit ±3% angegeben, womit sich für die von uns gemessene Periodendauer von 20ms ein tatsächlicher Wert im Bereich von 19,4 und 20,6 ms ergibt. Die tatsächliche Frequenz liegt damit im Bereich zwischen 48,5 und 51,5 Hz. Für die gemessene Spitze-Spitzespannung gilt diese Abweichung ebenfalls, womit dieser Wert im Bereich zwischen 32,0 und 34,0 Volt liegt. Die Ablesegenauigkeit liegt bei ca. 0,1 Divisions, womit wir die Spannung auf 0,1 mal 5V gleich 0,5V und die Zeit auf 0,1 mal 10ms gleich 1ms genau ablesen können. Die Ablesung der Periodendauer kann verbessert werden, indem wir eine kleinere Einstellung für die horizontale Ablenkung, die auch als Zeitbasis bezeichnet wird, wählen. Stellen wir diese auf 4ms, so können wir 5,0 Divisions ablesen, was wiederum 20ms entspricht. Auch hier gilt eine Messabweichung von 3%, jedoch steigt die Ablesegenauigkeit, da ein halber Punkt, also 0,1 Divisions, jetzt nur noch 0,4ms entspricht. Genau wie bei digitalen Multimetern sollte auch bei Oszilloskopen der kleinstmögliche Anzeigebereich eingestellt werden, um einen Messwert zu erfassen. Verringern wir die vertikale Einstellung auf 2V pro Division, so liegen die Spitzen der Sinuskurve außerhalb des Anzeigebereichs. Die Messung der Wechselspannung wird ständig wiederholt, womit sich die Spitze-Spitze-Spannung umgehend ändert, sobald der Regler des Trafos bewegt wird. Zu welchem Zeitpunkt wird eine einzelne Messung gestartet? Nun, das wird durch die sogenannte Triggerung festgelegt. Triggern kommt von der englischen Bezeichnung to trigger, für Auslösen. Als Startpunkt einer Messung werden spezielle Bedingungen des Eingangssignals gewählt. In unserem Beispiel startet die Sinuswelle am linken Bildschirmrand immer aufsteigend an der Mittelachse des Bildschirms und sie endet am rechten Rand des Bildschirms nach Ablauf von 10x4 gleich 40ms. Die Mittelachse entspricht einem Spannungspegel von 0V. Eine neue Messung wird getriggert, also ausgelöst, sobald der Spannungspegel nach dem Ende der vorherigen Messung zunächst unter 0V fällt und dann wieder auf 0V ansteigt. Bei dieser Einstellung wird eine Sinuswelle verschluckt, da sich das Signal am Ende der Messung bereits auf einem Pegel von 0V befindet und weiter ansteigt. Erst wenn die 0V wieder unterschritten werden, wird der Auslöser sozusagen entsichert und endgültig gestartet wird die Messung, sobald erneut 0V am Eingang anliegen. Der Pegel, an dem die Messung gestartet wird, kann bei einem Oszilloskop individuell eingestellt werden. Bei dieser Software geschieht das, indem ein kleines Dreieck am rechten Rand der Anzeige mit der Maus auf das gewünschte Level geschoben wird. Wird ein höherer Triggerpegel eingestellt, startet die Messung erst, wenn dieser vom Eingangssignal erreicht wird. Die Sinuswelle startet am linken Bildschirmrand nicht mehr an der Mittelachse, sondern bei einem höheren Wert. Die gesamte Kurve wird etwas nach links verschoben. Bei einem negativen Spannungswert für die Triggerung verschiebt sich die Kurve etwas nach rechts. Wird ein Triggerpegel eingestellt, der von der Eingangsspannung nie erreicht wird, so wird keine neue Messung gestartet, wenn zusätzlich die Einstellung Normal für das Triggerverhalten gewählt wird. Wird jetzt die Spannung des Trafos weiter verringert, so sehen wir keine Änderung der Sinuskurve auf dem Bildschirm. Erst wenn ich die Spannung des Trafos so weit erhöhe, dass dieser Pegel überschritten wird, startet das Oszilloskop die Messung. Stellen wir AUTO für das Triggerverhalten ein, so startet eine neue Messung nach einer festen Zeitspanne, auch wenn der Triggerpegel nicht erreicht wird. Als Folge dieser Einstellung verschiebt sich die horizontale Position der Sinuskurve ständig, wenn der Triggerpegel nicht erreicht wird. Ob die Messung bei steigender oder fallender Spannung getriggert wird, hängt von der gewählten Einstellung ab. Schalten wir um auf fallende Spannung, so wird die Messung ausgelöst, wenn die Eingangsspannung über den Triggerpegel, hier sind wieder 0V eingestellt, gestiegen ist und dann wieder unter 0V fällt. Die Sinuswelle startet jetzt am linken Bildschirmrand mit der negativen Halbwelle. Bei der Einstellung steigende Flanke wieder mit der positiven Halbwelle. Das PC-Oszilloskop bietet eine weitere Funktion. Es kann auch ein Bereich der Kurve vor der Triggerung der Messung angezeigt werden. Dazu muss der Pfeil am oberen Rand des Bildschirms an die gewünschte Position gezogen werden. Die Messung startet wie gewohnt beim Erreichen von 0V bei steigender Flanke, jedoch werden auch die Messwerte vor der Triggerung angezeigt. Das wird deutlicher, wenn wir die Zeitbasis auf einen kleineren Wert von einer Millisekunde einstellen. Jetzt wird keine vollständige Periode der Sinusschwingung auf dem Bildschirm angezeigt, wir können aber dennoch den Verlauf über 5 Millisekunden vor dem Triggerpunkt beobachten. Verschieben wir den Triggerpunkt in horizontaler Richtung nach rechts, so können wir einen größeren Bereich vor der Triggerung beobachten. Mit Hilfe des Triggerpegels und des Zeitpunkts der Triggerung können wir unterschiedliche Bereiche der Sinuskurve anzeigen. Auf welchem Punkt der vertikalen Achse 0V Spannung am Messeingang anliegen, kann ebenfalls justiert werden. Bislang haben wir die Mittelachse als den Nullpunkt gewählt. Verschieben wir das Symbol CH1 mit der Maus in vertikaler Richtung, so ändern wir damit den Punkt für 0V entlang der Y-Achse. Entsprechend verschieben wir die Lage der Sinuskurve in vertikaler Richtung. Legen wir den 0V Pegel an den unteren Bildschirmrand und schalten die Y-Achse auf 2V pro Division, so können wir mit diesem Trick die positiven Halbwellen der Sinuskurve mit einer höheren Ablesegenauigkeit vermessen. Somit erhalten wir 5,9 Divisions für die positive Spannungsspitze und durch Verlegen des 0V Pegels an den oberen Rand 5,7 Divisions für die negative Spannungsspitze. Wir können somit die spitze Spitzespannung genauer ablesen. Auch diese Aufgabe erledigt die Software automatisch und wir lesen eine Spitzenspannung für die negative Halbwelle von 11,4V ab. Zur Demonstration weiterer Funktionen eines Oszilloskops ersetzen wir den Trafo durch einen Funktionsgenerator. Mit Hilfe dieser Elektronik können nahezu beliebig geformte Spannungskurven erzeugt werden. Wie das funktioniert, wird in einem weiteren Video erklärt. Betrachten wir erneut eine sinusförmige Spannung. Wie zu sehen, fällt die von dem Funktionsgenerator erzeugte Spannungskurve nie unter einen Pegel von 0,6V, jedoch ähnelt der Kurvenverlauf der von dem Transformator erzeugten Wechselspannung. Rein formal kann die Spannungskurve als eine Überlagerung einer Gleichspannung von 1,9V und einer Wechselspannung von 2,6V Spitze-Spitze betrachtet werden. Mit Hilfe des Oszilloskops kann der Gleichspannungsanteil der Kurve ausgeblendet werden. Dazu wird der Messeingang auf Wechselspannung gestellt. Jetzt ist nur noch der Wechselspannungsanteil der Eingangsspannung zu sehen. Diesen können wir genauer analysieren, indem wir die vertikale Empfindlichkeit auf 500mV pro Division erhöhen. Damit können wir die Spitze-Spitze-Spannung zu 5,0 Divisions gleich 2,5V bestimmen. Das Oszilloskop ist mit zwei Messeingängen ausgestattet, somit können zwei Signale gleichzeitig angezeigt werden. Zu sehen sind hier zwei Sinusschwingungen, wobei die Periodendauer der grünen Kurve doppelt so groß ist wie die der gelben Kurve. Liegt an beiden Eingängen ein Messsignal an, so kann jeweils eines der Signale an eine Koordinatenachse gelegt werden. An der X-Achse wird somit nicht mehr die Zeit aufgetragen, sondern der Eingangswert von Messkanal Nummer 2. Diese Einstellung wird als XY-Format bezeichnet. Für die beiden Sinuskurven ergibt sich somit als Graph eine liegende 8. Besitzen beide Signale die gleiche Frequenz und Phasenlage, erhalten wir eine um 45 Grad gegenüber der X-Achse geneigte Linie. Komplexere Figuren erhält man bei einem Frequenzunterschied von 2 zu 3, 1 zu 3, 1 zu 4 und so weiter. Derartige Kurvengrafen nennt man Lisa-Ju-Figuren. Neben dem Frequenzverhältnis ist auch die Phasenlage der beiden Sinusschwingungen zueinander von Bedeutung. Hier beträgt das Frequenzverhältnis erneut 1 zu 2 und die Phasenlage wird von 0 beginnend allmählich vergrößert. Wie zu sehen, ändert sich die abgebildete Figur. Soweit der erste Teil zur Bedienung von Oszilloskopen. Im zweiten Teil geht's um mögliche Fehlerquellen und deren Vermeidung. Danke fürs Angucke und bis demnächst! Untertitelung des ZDF für funk, 2017